Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Fly with Sousa Airlines und wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja über und dann die Nackes legen und jetzt haben wir einen kleinen Schwer mit Händen in den nächsten Tagen. Jetzt war es nauwelisch, dass wir nochmal zum Abfall sehen können, dass wir hier dabei sein können, aber Sie haben ja auch schon bestrecken, dass wir sich im Blick auf den Nackes når man die Händen oder die Nackes rausfinden können. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 das glaube ich wäre ganz gut was er zwar schon lange nicht mehr getan hat aber das 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 Wir müssen hier nochmal ein bisschen mehr nach unten ausziehen. So ist es einfach zu hoch. So ist es nicht weitergegangen. Eigentlich ist es ganz gut, dass es sich nicht mehr so ist. Es ist schnell auf dem Auto. Es wird nicht ausziehen, überhaupt nicht. Man ist auf dem Auto, genau. So ist es einfach hier, dass es sich nicht mehr so ist. Das ist ein bisschen schön und das ist auch ein bisschen viel ausgedrückt. Und zwar ist die ganze Zeit, die wir jetzt auch noch haben. Und zwar ist die ganze Zeit, die wir jetzt auch noch haben. Aber wir haben eine Zeit, die wir jetzt auch noch haben. Und wir haben heute noch dieses, so ein bisschen mehr, Bis zum nächsten Mal.